Die Situation finde ich gerade, weil ich kann das nicht. Und ich habe das wahrscheinlich in den einen LP komplett übersehen. Was hat der denn schon wieder? So. Ich kletter aber mal den Berg ab. Das ist auch mal was. Bin ich denn auf dem richtigen Weg? Ja, bin ich. Die Wege sind doch etwas länger als ich dachte. Ich dachte, ich bin relativ nah dran und das ist aber nicht der Fall. Okay. Was heißt? Ich habe genug Essen erstmal. Ich kann mich erstmal mit diesem Essen heilen. Ich bin ja voll. Ich habe aber nicht schon einen Netor, wie er heißt. Ähm, ordentlich, ähm. Krass. Gut, dann. Der hätte ich mal wieder geboren. Ist das bei ihm ordentlich? Ist ihm den Arsch versorgt oder was? Na ja, ich habe den schon ausgeraubt, nachdem ich den da um die Ecke gebracht habe. Was, wie macht das denn besser am Ende? Gut, ich muss jetzt wirklich in diese Richtung. Wolfsblut nehme ich mit. Mal gucken, was mich jetzt hier erwartet. Hier war ja irgendwie so ein komisches Ding da. Wo ist denn mein Freund? Muss ich jetzt lange auf den Warten? Ich bin auf den direkten Weg gegangen. Schaut mal hier, hier ist wieder Grafikfehler. Dein Kumpel muss da abholen. Noch mal abholen, der ist unter mir gewesen. Ja? Ja. Ich bin jetzt wieder zurück. Gut, wo ist denn dieser... Okay. Dann. Schutzgeistbespürung. Gut. Dann die Drachenhaut, weil der macht es ja mit Magie. Dann. Die Flammen. Und einmal speichern. Weil der hat mich ja noch nicht gesehen. Ach, da ist er endlich mal. Okay. Okay. Lieb da noch? Wir sind jetzt super. Das gehört nur. Okay gut er kann ja nicht sterben, ehrlich gesagt okay aber das will ich ja... wir sind ja eigentlich vollkommen schnuppe ich will ja eigentlich zu denen da hinten ich bin gerade ein bisschen ruhig gewesen, ich musste echt überlegen wie es da weitergeht wo ist der denn jetzt? ich bin eigentlich schon fast da ich stehe direkt vor denen es an der tür fasst ist der da oben auf dem berg? oder wie ist das jetzt? ich habe keine ahne... wie ich hier zu denen komme ich versuche gerade irgendwie einen weg zu finden um da hin zu kommen aber die sind alle mal super gut versteckt um ehrlich zu sein das kann doch nicht sein oder ist hier irgendwie ein unterirdischer Höhenang ich stehe direkt davor ich stehe direkt davor wo willst du da hin? meine mission ist, finde den priester von Boetia ich stehe drauf ich stehe drauf hier naja du musst noch ein bisschen weiter nördlich also nicht... ich lauf die ganze zeit im kreis ist der vielleicht im berg oder wie? kann sein... kann sein... ich muss mal jetzt rüber kann sein... kann sein... kann sein... so... ah... da muss ich lang was? automatische speichern Ottwahn gut ich muss den priester finden da ist der priester im berg ich wusste es doch ihr da seid ihr hier um mich zu ermorden? wollt ihr den mächtigen Logwolf töten? solange er gefesselt und wehrlos ist ähm... nö... ich bin hier um euch zu retten Niemand wusste wo ich bin und wann ich gefangen genommen wurde wer hat euch geschickt? ähm... na der da hier die dunkle Herrin? euch geschickt? ha! und jetzt erzählt mir nochmal den von dem Troll der kleinen Jungen und Mädchen geschenkt gemacht gut spielt das eine Rolle? Molag äh... schon gut bleibt ruhig hier ok habe ich denn eine Wahl? soll es was? gut niemand ihr ein Diener des Königs der Korruption? ist diese Bestie mittlerweile so? gut ich werde keine Fragen stellen schneidet mich los ok hier lasst äh... mich die Fesseln lösen ok und jetzt geht mir aus dem Weg ich habe etwas zu erledigen gut gehe jetzt im verlassenen Haus ähm... dazu muss ich erstmal hier raus ich kann nicht Vielen Dank.